Können Sie verstehen, Herr Reif, dass die Leipzig-Führung so entschieden hat? Ja, aber mir ist es mit diesem Commitment und diesem Bekenntnis, das geht mir auf den Zeiger. Weil? Weil, was ist das für eine Kategorie? Was willst du? So jeden Tag soll er ihm als verkleidet, als roter Bulle durch die Stadt laufen oder was? Das ist doch nicht der Punkt, nehme ich an. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Es ist das permanente Flirten oder das permanente Hörerabnehmen, vermeintlich, und da ruft ja ein, was ist das, im Privatleben, weiß ich nicht, die sind ja kein Konkurrent, sondern da ruft das andere hübsche Mädchen ständig an und du gehst da dran.